Herzlich willkommen zu Hyperbell in der Badewanne in der Utah-Betition. Mein heutiges Thema ist die Organspende. Denn der Skandal um die Manipulation von Wartelisten hat das Vertrauen der Bevölkerung tief erschüttert. Ein paar schwarze Schafe bringen nämlich nicht nur die Organspende an sich, sondern den gesamten Berufsstand im tiefsten Misskredit. Wenn das so weitergeht, dann stellen sich die Leute unter einem Krankenhaus bald Folgendes vor. Transplantologen seins, seins Kreuz, brave Leute, denn sie gehen dir an die Nieren, um die Liste zu frisieren, denn sie gehen dir an die Nieren, um die Liste zu frisieren im Krankenhaus, im Krankenhaus. Und es wirkt sich natürlich auch auf andere Ärzte aus. Zum Beispiel Die Frauenärzte seins, seins Kreuz, brave Leute, denn sie drehen ihre Pillen, um den Embryo zu killen, denn sie drehen ihre Pillen, um den Embryo zu killen, im Krankenhaus, im Krankenhaus. Die Psychologen seins, seins Kreuz, brave Leute, weil sie auf die Rübe schlagen, um die Meise zu verjagen, weil sie auf die Rübe schlagen, um die Meise zu verjagen, im Krankenhaus, im Krankenhaus. Die Zahnärzte seins, seins Kreuz, brave Leute, denn sie ziehen mit beiden Händen, um den Zahngurt zu entwenden, denn sie ziehen mit beiden Händen, um den Zahngurt zu entwenden, im Krankenhaus, im Krankenhaus. Die Zahnärzte seins, seins Kreuz, brave Leute, denn sie wühlen in den Derben, um die Hände sich zu wärmen, denn sie wühlen in den Derben, um die Hände sich zu wärmen, im Krankenhaus, im Krankenhaus. Die Zahnärzte seins, seins Kreuz, brave Leute, sie entwenden deine Knochen, um ein Süppchen auszukochen, sie entwenden deine Knochen, um ein Süppchen auszukochen, im Krankenhaus, im Krankenhaus. Die Orthopäden seins, seins Kreuz, brave Leute, denn er tritt ihr in den Hintergrund, um den Hexenschuss zu lindern, denn er tritt ihr in den Hintergrund, um den Hexenschuss zu lindern, im Krankenhaus, im Krankenhaus. Aber am Ende sind wir doch alle wieder auf die Ärzte angewiesen, denn Wir alle seins, seins Kreuz, brave Leute, ja, wir saufen wie aus Kübel, aber morgen ist uns übel, ja, wir saufen wie aus Kübel, aber morgen ist uns übel, und wohin gehen wir dann? Ins Krankenhaus, ins Krankenhaus. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein zu Hyperbell aus der Badewanne in der Utah Petition. Tschüss!